Herzlich Willkommen bei Knack im Freshport, der abgedrehtesten Lottoziehung aller Zeiten von Fischermans Fresh. 4444 Euro warten auf einen von euch da draußen und nur ein Mann kann es möglich machen. Frisch wie eine Gletscherspalte, ich bin's wieder, euer Fresh. Und hier ist sie, die umwerfende Sportskanone. Meine Assistentin Sandy. Sandy, meine Fitness-Göttin. Wie heißt unsere heutige Ziehung? Yeah! Für unser Gracie-Laufband-Roulette benötigen wir zuallererst unsere Roulette-Kuh. Und so funktioniert es. Wir haben ein Laufband mit seitlich nummerierten Feldern. Unser Läufer rennt auf dem immer schneller werdenden Laufband so lange, bis er absammelt. Und dann stoppt das Band und wir sehen hier die Gewinnzahl. Na dann, auf das Laufband! Fertig! Los! Was für ein Start! Ein perfektionierter Bewegungsablauf eines stromlinienförmig optimierten Körpers. Ein Kämpfer! Ein Tier! Eine Maschine! Die erste Gewinnzahl des heutigen Abends ist die 26! Na guter Junge, guter Junge, weiter so! Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Nur die Abkommen gab. Oh, als wäre der Wolls hinter ihm her. Oha! 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 Aiaiaiaiaiaiaiai! Die 4, eine Unglückszahl in vielen Kulturen. Einer Person beschert sie den Fresh-Bot. Oha! Oha! Na jetzt hat er den Bogen raus! Was? So mögen wir's, das Tempo nimmt zu! Oha! Sein Vater war eine Dampflok! Seine Mutter war ein Kugelblitz! Und hier Zahl Nummer 3. Es ist die 18, meine sehr verehrten Damen und Herren. Na lauf, Brüderchen, lauf! Na zeig uns, wie es der Hase macht! Na hoppel, 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 hoppel! Ja, na was sage ich, er wirft ihr! Eine Flotte 38! Es ist geschafft! Hier unsere Gewinnzahl. Es sind die 4, 18, die 26, 38. Bleibt uns treu, die nächste Ziehung kommt bestimmt. Jetzt jeden Monat bis zu 22.222 Euro abräumen. Knack den FreshBot! Nicht glotzen! Gewinn!